Das Deutsche Kartellamt geht einem Zeitungsbericht zufolge dem Vorwurf nach, dass Amazon während der Corona-Pandemie eine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Aktuell untersucht das Deutsche Kartellamt, ob und wie Amazon die Preissetzung der Händler auf dem Marketplace beeinflusst hat, das sagt der Amtspräsident Andreas Mundz der FAZ in ihrer Montagsausgabe. Während der ersten Monate der Corona-Pandemie hat es Beschwerden darüber gegeben, dass Amazon Händler wegen angeblich überhöhter Preise gesperrt hat. Amazon hat inzwischen auf erste Auskunftsersuchen geantwortet, das wird jetzt ausgewertet. Für Mundz ist der mögliche Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung natürlich der Ansatz bei solchen Untersuchungen. Amazon ist für sehr viele Händler eine unverzichtbare Plattform, andererseits hat man eine Marktbeherrschung bisher nicht formell festgestellt. Ein Amazon-Sprecher sagt auf Anfange, dass die Amazon-Verkaufspartner ihre eigenen Produktpreise im Amazon-Store festlegen. Die Systeme von Amazon sind so konzipiert, dass sie Maßnahmen gegen die Preistreibereien ergreifen. Wenn Verkaufspartner Bedenken haben, werden sie ermutigt, sich an den Support für Verkaufspartner zu wenden. Deutschland ist für den US-Konzern der zweitgrößte Markt nach den USA. In den ersten Monaten der Infektionswelle blieben viele Geschäfte geschlossen und Kunden kauften verstärkt im Internet ein. In den ersten Monaten der Infektionswelle blieben.